so leute weiter in den borderlands folge dem leuchten heißt die nächste aufgabe die wir jetzt machen okay also ich bin auch im level aufgestiegen hat er mir zwar gar nicht angezeigt aber war zu erwarten was sie nehmen okay ja ich weiß jetzt nicht warte ich nehme also ich würde sagen wobei hier kein und ist eigentlich praktisch gesundheit wird mir sowieso immer oder wird sowieso immer regeneriert aber ich hoffe das geht dann schneller so also ich muss jetzt darunter wieder und mal gucken was da nee 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 gar nicht das fliegt denn hier rum überhaupt und wird fliegt ja ich weiß nicht was es ist also es wird wahrscheinlich das aus so ein auto unten sein das kann natürlich durchaus möglich sein so jetzt bin ich hier ein bisschen ich will hier auch nicht jetzt ich würde sagen ich will hier nicht nicht verspringen so also ich muss ach so ja gut ich muss sowieso wieder in die höhlen rein hier sind die spuren oder nee das sind keine finde die spuren der kreatur na sag mal weit weg sein kann ja nicht und die blöden luftkissenboote ich finde die spuren der kreatur das kann ja nur eine fußspur sein oder was ist damit gemeint ach mensch leute jetzt suche ich mich hier wieder zu tode das problem ist natürlich dass das auch immer ein bisschen außerhalb sein kann aber ich finde hier nicht mensch und dann ständig ständig ist doch zum kotzen also ich muss immer noch irgendwelche spuren finden eigentlich habe ich gedacht logischerweise sind die am boden aber ich weiß ja auch nicht was für spuren gemeint sind oder sie kommen hier gleich rein keinerlei doch das könnte keinerlei spuren also ich gehe mal von fußspuren eigentlich aus aber anscheinend ist das nicht gemeint jetzt muss ich mal gucken ob nicht vielleicht doch woanders spuren sind dazu muss ich hier hoch eieieiei und dann den mal umbringen töten einfach nur so aus spaß töten so weil vielleicht sieht nicht so aus als wären hier andere spuren ganz ehrlich ich sehe auch hier von oben nisch steht auf anhieb kann ich denn hier noch höher da suche ich wieder hoch kann ich glaube ich nicht hä ne dann kann es es kann nur hier unten sein mensch was ist denn los aber was meint denn der schon wieder mit spuren finde die spuren der kreatur folge dem leuchten hier ist nichts leuchtendes keine leuchtenden spuren keine fußspuren nichts wo ich sage das könnte eine spur sein der zeigt mir das auch so an dass es genau hier beim reingehen eigentlich sein müsste genau hier müsste eine irgendeine spur sein aber hier ist nichts und das kotz nicht ehrlich gesagt schon wieder ein bisschen an logischerweise nüchtern aber das ist denn mit einer spur gemeint hier ist nicht jeden quadrat zentimeter mehr reinziehen ich kann es vergessen hier ist keine spur auch mensch das kann doch aber auch nicht möglich sein dass ich hier ständig irgendwas nicht finde was ist hier die ist auch nichts diese die suche auch bei dem spiel immer aber hier ist doch nichts hier gibt es keine spuren jemand die spuren verwischt oder ist damit pisse gemeint aber hier ist auch keine pisse oder ihr seht ja auch das ist dann muss doch hier sein irgendwo schwere blöde boot die kette 2 sind ja nach dieser mission von mit der pisse kam oder genommen kommt ist jetzt gedacht vielleicht ist hier irgendwo noch ein bisschen urin müsste doch aber dann hier irgendwo sein aber hier ist kein urin hier ist kein bisschen pisse ich verstehe dich ich kann doch alles nicht wahr sein das sind die leuchtenden boot nischt da oben kann ja ohne steiner kriegung da ist nischt ich weiß ja nicht mal nach was ich suche das ist die frage ob ich mich wirklich so blöde anstelle oder ob das so blöde zu finden ist also normal ist es nicht dass ich hier auf die fünf quadratmeter eine stunde suchen muss verstehe ich meine mir diese suchen auch keinen spaß kann mir da ich bin jetzt ratlos ach mensch 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 also von weiten ich sehe nichts hier ist nichts hier ist auch nischt bei dem spiel ist meine städte zeigt dieser wirkungskreis an und es trotzdem wollen lassen und kannst du nicht ich verstehe das nicht suche ich hier skeg pisse suche ich fuß spuren oder was suche ich denn überhaupt man aber da oben geht es ja auch nicht weiter das ist hier nicht gemeint oder habe ich hier schon wieder einen bug damit ich nicht angezeigt kriege ich habe keine ahnung ich habe nicht die jeringste arbeit ist das hier ich kann ja auch nicht weiter hoch geht ja nicht da ist ja nichts zieht euch die da oben kann nicht sein muss genau vor mir sein die man an die leiche pinkelt auch nicht folge dem leuchten heißt sie den boden ist nicht hier ist nicht man das macht mich richtig nervös weißt du das also wirklich jetzt mal muss man denn so einen scheiß hier drin bauen finde die spuren der kreatur ja hier ist keine spur hier gibt es keine spuren man oder müssen sie hier irgendwo oder was beim rausziehen dann hier sind pilze oder was sein soll steinchen und ist denn los wo soll denn mit lang gehen und was suche ich überhaupt das ist ja die frage verstehst du hier geht es ja raus zur map das verstehe ich ja aber eine spur für eine spur man ist doch weit und breit nichts nichts was verdächtig aussieht hier gibt es rein gar nichts mensch ich finde auch sehr belastend so hat dass der mich nicht mal ein tipp gibt irgendwie ich weiß nicht auch fertig achten soll ich meine ist so ein klinik gebietet kann doch nicht kann doch nicht so schwer sein da so ein stück scheiße zu finden oder pisse oder was auch immer oder eine fußspur aber hier ist nichts und ich kann es kann auch nicht oben sein weil da kann ich nicht stehen ich kann da oben ohne ruf richtig kann ja noch mal hinrufen und aber da gibt es nichts da hoch komme ich nicht das geht nicht das ist nicht machbar von oben dachte ich vielleicht sieht man arbeit ist aber auch keine fußspur da zu sehen ich habe da z schöne aus zu